Was sind Albinos? Albinos sind Menschen mit heller Haut und hellen Haaren. Albinismus gibt es nicht nur bei Menschen, sondern auch in der Tierwelt. Der Körper von Betroffenen bildet nur sehr wenig oder kein Melanin. Das ist ein Pigment, welches für unsere Haut und Haarfarbe verantwortlich ist. Durch die sehr helle Haut haben Menschen mit Albinismus ein größeres Risiko an Hautkrebs zu erkranken. Zudem ist bei sehr ausgeprägter Formen oft die Sehschärfe und das räumliche Sehen eingeschränkt. Immer wieder kommt es zu Vorurteilen gegen Albinos. Es herrscht häufiger Glaube, dass sie verflucht sind. Andere glauben daran, dass Körperteile von Albinos magische Kräfte haben. Deswegen werden sie immer wieder entführt und umgebracht.